So, und jetzt kommen wir zum zweiten Rennen, Wuppertalernet gegen Manu. Und die letzten drei, die üblich bleiben, die fahren gegeneinander. Ich glaube, ihr macht das besser, einer so rum und einer so rum, ne? So, auf die Plätze, fertig, los! Schneller, 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 schneller! Manu, 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 Wuppi, Wuppi, Wuppi! Jaaah! 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 Jaaaah! So, du so rum, du so rum, ist besser. Auf die Plätze, fertig, los! Und Anfall an! Ja, der Hände hängt irgendwie eine Kurve fest, er weiß noch nicht, was ist. Zackig! Ich seh schon, die Frauen sind eindeutig schneller. Komm, Helle, Jesus! Helle, Helle, Helle! Echt? So, jetzt kommen wir Wudi gegen Gülli. Kampf der Geschlechter. Ja. Wobei wir uns noch fragen, wer die Frau von beiden ist. Nicht in grün, Gülli. Doch, lass ihn doch. Wir sind unbeschissen. So, du da hinten rum, na, Gülli? So, und jetzt mal richtig anfeuern. Auf die Plätze, fertig. Fertig. Auf die Plätze, fertig, los! In der Kurve ist jedes Mittel erlaubt. Ey, und jetzt gibt Anlass, lass den Tisch stehen. Können wir mal einer in der Ecke da liegen. Thorsten, Thorsten, nimm mal die Gläser vom Tisch. Die keilen sich da in der Mitte noch und kommen nicht voran. Und jetzt? Und Günni, Günni, Mugi, Mugi! Der hat geschummelt. Der hat geschummelt. Günni, bleib direkt hier. Günni, hierbleiben. So, und jetzt hatten wir die Malu, die Jessi und der Günni. Jetzt kommt das Finale. Drei zugleich. Mal, also. Das losen wir auch. Komm mal her, komm mal her. Ja, das losen wir auch. Komm, die Damen haben den Vortritt, was soll's. Günni, kannst du noch eine Wunde? Soll man den Tisch in die Mitte wegschieben? Günni, du bist schon ein Dritter, du hast schon was gewonnen, mach dir nichts raus. Nimm mal die Glasflaschen bitte vom Tisch. Stell mal den Tisch quer. Nee, stell mal den Tisch einfach mehr rüber. Nee, nee, ist schon gut. So. Manu, du fährst entgegengesetzt, die beiden fahren so. Na, das ist das jetzt das für... Hallo. Hallo. Hinsetzen. Weißte. Das ist das Finale. Finale geht immer länger. Drei Runden. Drei Runden. Drei Runden. Ja. Ja, ihr seid schon alle Gewinner. Also... In der Vortritt 1 fährt man mit unter 60, 70 Runden. Ah, mit der Regen hat keiner mehr. Auf die Plätze. Fertig. Alle Mittel sind erlaubt. Los. Tempo, Tempo. Günni, gib Gas. Günni. Günni. Günni, alles ist erlaubt. Günni, reiß sie vom Stuhl. Oder vom Bobbycar. Manu, Jessi, Günni. Ganz klar vorne, die Manu. Manu ist ganz klar vorne vor der Jessi. Und Günni ist letzter. Manu auf der Zielgerade. Manu. Manu auf der Zielgerade. Manu ist der Sieger. Vor Jessi. Zweiter. Und Günni, der macht noch einen Boxenstopp. Günni. Günni, Günni. Günni, Günni. Günni. Günni, Günni. Günni, Günni.